Und damit Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück bei Dragon Age Origins. Ähm, was wollten wir nochmal machen? Ah ja, Miniquests. Und zwar in die Gesindeviertel, weil ich mich nicht irre. Da hat's... ...ein grauer Wächterplakat. Wie schön, das nehmen wir doch mal weg, würde ich meinen. Glaub den Lügen nicht. Okay. Das verstehe ich jetzt. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber passt. Auf Befehl des neuen Arls von Denerim darf niemand das Gesindeviertel betreten. Ähm, was haben, äh, Arlho will, dass die Leute draußen bleiben? Es gab einen Aufstand der Elfen. Die Klingohren haben sogar den einzigen Sohn des Arls angegriffen und kaltglütig getötet. Nach dem Tod der gesamten Familie Urien hat der Regent Randon Howe von Amaranthin zum neuen Arl von Denerim ernannt. Seine erste Amtshandlung war, das Gesindeviertel in Brand zu stecken. Da drin herrscht Chaos. Sobald Ordnung eingekehrt ist, werden die Tore wieder geöffnet. Geht jetzt weiter. Ich will aber da rein. Das Gesindeviertel ist geschlossen. Geht weiter. Ach, verdammt. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie wir da reingekommen sind oder wie wir da reinkommen können. Scheißdreck. Ähm. Hat es noch andere? Da ist Karte der Stadt. Sarah. Ach, die Daten. Ja, das habe ich natürlich auch vergessen. Hier den Brief zu bringen. Ach, ich weiß echt... Alter, halt mal Maul. Ich weiß leider nicht mehr, wie wir in das Gesindeviertel kommen können. Also das hier ist das angeblich so riesige Marktviertel der Stadt. Naja. Eben. Wie sie schon klein ist, das Ganze schon. Hallo. Ja? Ich habe ein Brief der Blackstone-Frei-Jäler für euch. Gut. Lasst mich mal sehen. Nein. Das glaube ich nicht. Niemals. Tut mir leid. Wiedersehen. Ja gut, da können wir nicht viel machen. Da geht's hin. Die Karte der Stadt. Ah ja, genau. So kommen wir hier glaube ich auch in die anderen... Genau. Viertel. Dreckige Seitengassen. Dunkle Gasse. Runtergekommene Nebenstraße. Die Perle. Das hier ist das Gesindeviertel. Das hier Fort Dracon. Das ist die Weltkarte. Da müssen wir hier noch überall hin. Alter. Bürgerkrieg. Dorfhaben. Ah, da müssen wir ohnehin auch noch hin. Karawane. Das ist die Verderbnis. Ja, das wissen wir. Hm, wir müssen noch nach da, nach da. Können wir hier rum, so. Das kann gehen. Aber eigentlich möchte ich zuerst hierbleiben. Die Miniquests machen. Soll heißen, es gibt wieder mal eine Prügelfolge wahrscheinlich. Außer wir werden, also ja, wenn wir auf dem Weg dort hinangegriffen werden, noch viel mehr. Aber wir wissen ja ohnehin, dass wir dort Leute verhauen werden. Das hier ist unser Gebiet. Naja, kommt. Nehmt euch nicht so wichtig. Morrigan, was macht ihr beide eigentlich immer so weit vorne? Ähm, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Kältekegel. Ach, die sind doch zu nah. Oh, das war... Was mache ich eigentlich? Mach mal tödlicher Schlag auf deinen Anführer. Und du haust den gleich mal um. Los geht's. Du betäubst sie? Wo war das noch gleich? Ich müsste mal ordnen. Geistschlag, genau. Wo haben wir denn den jetzt? Da. So, jetzt können wir die wenigstens so gut wie möglich einzeln verblocken. Wir haben nicht so viele Kampfzauber eigentlich, bei näherer Betrachtung. Ja, dann mach mal das. Du. In welchem Modus sind wir eigentlich? Schilddeckung. Nee, nicht Distanzgeschoss. Aber was machst du? Hilfverteidigung. Das musst du tun. Dann räumen wir mal ein wenig auf. Du kannst es nicht gewinnen. Ah, heilen könnten wir eigentlich auch nochmal. Das sollte kein Problem. So, der da fällt gleich um. Der sowieso. Das ist erledigt. Ich liebe das. Werden wir noch beschossen? Wie frech. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nicht voneinander trennen. Nicht voneinander trennen. Nie voneinander trennen. Ist immer eine sehr dumme Idee. Ja, mach mal Blitz hier. Ach, da hinten sind noch so viele. Was machst denn du? Das sollte kein Problem sein. Jetzt hast du ein Problem. Für die grauen Becken! Ähm. Ein Bandenanführer. Ein Gauner. Ihr habt noch was dabei? Ja. Du auch. Wurden wir gerade beschubt. Na, schlau. Holen wir uns den Bastard. Boah, wir haben so eine geile Reichweite mit dem Ding. Okay, mit dem nicht. Natürlich. Löscht sie auf! Komm, mach mal. Sind die schon alle tot? Oh, mehr oder weniger. Juhu. Alle tot. Wer bist denn du? Tag. Ah. Noch ein Brief. Erschrecklich. Mein geliebter Mann. Ja, das klang jetzt nicht so motiviert, aber hm. Haben wir noch was vergessen? Übersehen? Irgendwat. Kaputte Statuen. Da oben hatte ich noch irgendwas. Das habe ich noch geblickt. Hier? Nö. Ja, in Danyrim kann man einiges an Zeit aufwenden, wer auch immer. Merk, wieder geschoben. Ne, das schafft sie. Ah, das braucht man nicht lösen. Doof, doof. Tag. Hatte sie noch was? Diese Treppe kommt irgendwie bekannt vor. Hat sie hier was? Nö. Was ist denn das hier? Hallo. Aha. Das sollte kein Problem sein. Was ist die letzte? Sobald alle vier, weiß ich gar nicht, ob das jetzt die letzte war oder nicht. Aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen weitergekommen, hm. Und warum bleibt Morrigan einfach stehen? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir weiter. Nach Dunkler Gasse. Wir prügeln uns jetzt durch diese drei Gebiete und dann gehen wir zurück, würde ich meinen. So haben sie sich nämlich erspart, eine richtig große Stadt darzustellen. Denen sie jetzt einfach so Mini-Teilchen gegliert haben. Kauna. Spießgesellen. Dome stehen garantiert, schützen nirgendwo, oder? Nö. Ja. Alter. Wie in der Wurmgele... Alter. Oh. Scheiße sind das viele. Nein. Boah, ich dachte schon, Alistair sei reingehüpft. Ist jetzt nicht so vorteilhaft gewesen. Ähm, das hier will ich. Wird mal gebrutzelt. Und du... bist noch näher ran, um das hier zu machen. Du darfst mal heilen. Alter, dieser Kerl. Ist richtig übel. Jetzt wird es loslegen. Kommen irgendwie nicht wirklich weit weg. Gebt die Richtung vor. Alter, das ist viele. Oh. Wir machen sie doch ganz gut weg. Ähm, warum rennst du davon? Lauf doch mal die an, die wärs. Ich hab fast keinen Bahnen. Na, 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 klasse. Wer hast du dich drauf? Aber du kannst doch auch ein bisschen heilen, oder? Nö, gar nicht. Das war natürlich schlau. Ein Helm. Wenigstens das. Okay, ist aber schon echt gut. Der verehrte Alistair. Ähm, hallo? Oh, kann ich nicht angreifen? Hallo? Was soll das? Ich kann dich nicht anvisieren. So jetzt. Du hast noch so... Warum verwendet Maureen so selten... Das wollte ich nicht, das hier wollte ich. Warum verwendet Maureen so selten Mahne? Stehe ich nicht. Waren wir Frostwaffen eigentlich aktiv? Ich wollte kein Problem. Dann noch mehr. Ne, das war ich. Zack. Zack. Und wir haben sie umgelebt. Noch mehr. Hat die Erde bebt. So hat das gerade. Das war das. Es gab doch so ein Spiel. Welche Spiel war das, wo am Ende immer die Erde gebildet hat? Das war nicht Dragon Age, oder? Müsste ich mich schwer irren. Ne, ich glaube, das war nicht Dragon Age. Was war denn das? Es gab doch so ein Spiel. Gegen Ende der Kampagne hat immer die Erde gebildet. Das war irgendein Teil vom Plot. Wie ihr wünscht. Ich weiß es echt nicht mehr. Mist. Ah, was war das? Ah, das letzte Haus. Müsste das sein, hm? Jo. Das war's. Oder? Jo. Nein, echt jetzt? Welches Spiel war das? Ich hab's echt vergessen. Naja. Vielleicht kommt's mir mal noch in den Sinn. Ich weiß noch nicht, dass es verdammt nervig war. Wer bist denn du? Einvermumpter Kurier. Die brauchen wir auch. Die Fortsetzung unserer Freundschaft ist garantiert. Das find ich nett. So eine Einstellung, lobe ich mir. Wär's doch immer so einfach, hm? Jetzt müssen wir noch in die runtergekommene Nebenstraße. Ist ja nicht so, was heißt hier durch näher... Hier durch näher... Hier durch näher... Doch, so stimmt's. Ich hab schon gedacht, ich hab mich verplabbert. Und diese Umwege, die man läuft, hm? Oh, nochmal genau das gleiche. Oh, das sind aber echt ne Menge. Ihr? Wir wollten gerade die Jungs eine Hetzjagd nach euch veranstalten lassen. Der Boss sagt, legt sie um! Äh, kurz und schmerzlos. Meine... Oh, aber viele. Wie mach ich das jetzt? Komm, mach, mach. Nein, nicht in die... Richtung. Das war jetzt nicht die schlauste Aktion, die ich jemals gemacht habe. Nee, im Gegenteil. Mist. Komm schon. Alter. Wer geht denn hier so ab? Benutz den mal. Du wirst's brauchen. Du, mach mal... Benommen machen auf... Also, die haben zwei Anführer dabei. Das ist natürlich wundervoll. Mach mal Mana zu. Ich bin bereit. Ähm, ich frag mich, das... Funktioniert immer, weil ich mich nicht daran... Alter! Lasst mich in Frieden! Alter, ich brauch Hilfe. Das ist nicht gut. Okay. Wo war das? Ablenkung. Und Provokation konnte er schon? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, sieht nicht so aus. Schlecht. Sehr schlecht. Lasst mich... Alter, sie hat gerade... Nein, ich müsste jetzt nicht mehr mich angreifen. Technisch gesündig. Alter, das funktioniert so gar nicht. Deprimierend. Maureen macht irgendwie auch kaum mal was. So. Erschreck mal. Nee, den hier erschrecken. Nein, nicht... Das hier meine ich so. Wir haben hier herausgefordert. So. Leg dich mal hin. Bring es hinter uns. Ach, dieses Durcheinander. Ich sehe gar nichts mehr. Das sollte kein Problem sein. Wandernführer. Hm. Nicht so pralle die Beutel. Wie übel ist der Schaden, die an der Liste er macht. Gut, jetzt hat er auch nicht mehr die ganz fette Rüstung. Also wie viele da noch sind. Eingefressen. Komm, leg dich mal hin. So, jetzt mache ich ihn kalt. Was denn? So. Geht doch. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Finde ich auch. Ich muss mal die Formationen zu überarbeiten. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut, wie es gerne hätte. Sir Frieden. Nein, wir haben mal, glaube ich, gesucht. Helfenwurzel. Können wir immer gebrauchen. Eine Holzkiste. Das ist auch sehr schön. Ist jemand... Das sollte ich mal nachschauen. Nö, verlässt es niemand. Dafür könnte... Hast du Frostwaffen aktiv? Nö. Dann mach mal. Das bringt's schon. Was hast du denn aktiv eigentlich? Ah, die Erdrüstung, genau. Die Erdrüstung. Das habe ich ganz vergessen. Ein Silberring. Ist das ein Geschenk? Nö. Jadde. Aber eine Truhe ist dann... Können wir die öffnen? Wahrscheinlich nichts mehr. Ich nehme an, ihr wollt etwas. Doch. Ha. Kettenrüstungsstiefel. Veridium. Oh. Wird ja langsam richtig interessant hier. Und die können... Ja gut, okay. Sind schon wenig besser. Und du, guck mal den da an. Ja, das... Der letzte Wunsch... Ähm... Quest. Nein, blablabla. Okay, das ist eine neue Quest. Komisch. Haben wir hier sonst noch was? Das ist der dreckige Schuppen. Da gehen wir nachher rein. Ja, hier drüben. Das ist die Weltkarte. Nö, das ist gar nichts. Hallo vom Unterkurier. Damit besiegelt ihr den Erfolg eurer Gilde. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm. Gehe ihm noch in den Schuppen und dann mache ich einen Cut. Also wahrscheinlich werden wir da drin kämpfen. Dann mache ich nach dem Kampf einen Cut. Tja, ja, Danyrim. Ja, jetzt sind wir auch schon ein paar Erfolgen hier. Vier oder fünf. Fünf, glaube ich. Juh, das sieht nicht so aus. Tag. Gibt es irgendein Problem? Ja, Blackstone, frage ich ehrlich. Oh, worum geht es? Oh, ich verstehe. Tauran muss euch geschickt haben. Ja, ja, komm, bringen wir es hinter uns. Ich werde mich nicht vor einem von Taurans Handlangern rechtfertigen. Männer, zu den Waffen! Und wir stehen natürlich genau im Nahkampf. Wie vorurteilhaft. Okay, mach gleich mal deinen Tanz, deinen Doofen. Ablenkung. Ja, auf den da halt. Du gehst sofort auf den. Ne, mach doch das hier. Mach Schildschlag. Nein, Schildverteidigung. Alter, ich bin so verwirrt. Ähm. Du könntest gleich mal einen Kältekegel machen. Das wäre schön. So. Ui, das hat ein bisschen zu vieles gut. Alle Fertigkeiten auf dem Boss. Naja. Äh, und wir haben uns selbst eingefroren. Äh, schlau. Das passiert mir irgendwie immer zu oft. Du kannst gleich nochmal mit einfrieren, damit er garantiert nie aufwacht. Mach kaputt. Zack, das ging gut. Jetzt führst du Schild. Oh, das funktioniert doch schon wesentlich besser. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man, wenn man zu viel Platz hat, funktioniert das nicht so gut. Ganz schön viel Blut. Oh, Spindle. Nehmen wir mit. Sonst noch wäre was dabei. Ja, du hast noch was mit. Nichts. So unnötig. Du scheinst auch nichts mehr zu haben. Dann gehen wir hier gucken. Brauchen wir einen Schlüssel? Ne. Ich kann meinen öffnen. Theoretisch. Doch, man kann die. Oh. Ist die gut? Waschelkrieger-Achst 7,8. Ne, ist ne Hauptwandwerfer dann nicht unbedingt. Schon gehofft. Ich glaube aber für die Nebenhand gibt's nur die Olchen. Schade. Tja, kaum schon. Warum ladet das so lange aus einem kleinen Schuppen raus? Geht ja nicht. So. Also, jetzt mach ich mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschü-lü-lü. Bis zum nächsten Mal.